Hi und herzlich willkommen in der Serie 35 im Sommer zur Fotoherausforderung Morgenwandbild. Wir müssen einen beliebigen Morgen an Sicks Wandbild in San Sebastian fotografieren. Das Wandbild befindet sich hier unten im Süden der Karte. Hier ist der Ort San Sebastian. Wir springen hier einfach zur vorderen EP-Tafel, machen ein Foto von unserem Morgen. Damit ist dann die Fotoherausforderung auch schon abgeschlossen. Und wir bekommen eine Fotoherausforderung-Phrase. Die Weltschnellsten. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.